Ui, der ist aber noch nicht fertig. Bitte? Ich möchte um 18 Uhr ein Match schauen. Etwas haben sie nichts. Du kippst eh eine am Deckel. He he he. Oberfangas, das ist wieder eine enge Geschichte. Das ist wieder eine Spazierfahrt. Das sind in Überfahrung. Ich habe keine Ahnung, da fällt sowieso kein Deal. Österreich hat 8 Millionen Teamchefs. Beweist, dass du der einzig Wahre bist. Tipp 3, tipp dir den Kick.